Vespa-Corso der FCA-Fans. Rund 300 Vespa-Fahrer machen sich von der Augsburger Innenstadt auf in Richtung WDK-Arena zum Traditionsspieltag. Ein gelungener Auftakt für einen besonderen Tag, denn der FC Augsburg feiert 50-jähriges Jubiläum der Meisterschaft in der Regionalliga Süd beim Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Der Tag steht ganz im Zeichen der 70er Jahre. Bunt, schrill, aber auch emotional. Wir wollen der Meistermannschaft von 74 nochmal gedenken und wirklich eine Plattform bieten heute beim Spiel gegen Bremen, weil sie sich mehr als verdient haben. Wir sind damals Süddeutscher Meister geworden und ich war heute schon beim Frühstück in Steppbach dabei und es ist eine totale Freude, wenn man sieht, dass sich die Leute seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Aber heute zusammenkommen ist einfach ein wunderschöner Anlass und es war ein sehr, sehr großer Erfolg für den FCA. Ich finde, das ist mir den Helden der Vergangenheit auch schuldig, dass wir die Leistungen, die sie für den Klub erbracht haben, auch wenn da viele Menschen noch gar nicht auf der Welt waren, dass man immer wieder daran erinnert, weil es einfach großartige Leistungen waren. Und die Geschichte vom FC Augsburg ist eine besondere Geschichte, nicht nur in der jüngeren Vergangenheit, sondern auch in der älteren Vergangenheit. Und die Leute immer wieder darauf hinzuweisen, was Augsburg für eine tolle Stadt mit einem geilen Fußballklub ist, das versuchen wir immer wieder zu machen. Und die Leute freuen sich, deswegen ist das genau richtig so. Passend zu diesem Tag die Retro-Kollektion im Stile der 70er und in Anlehnung an das FCA-Mannschaftstrikot von damals. Komplett in Weiß mit einem seitlichen Rot-Grün-Traditionsstreifen. Und natürlich spielt der FCA das Heimspiel heute in diesem besonderen Trikot. Der Tag eine Zeitreise. Zurück in das Jahr, in dem der FCA Geschichte geschrieben hat. Die Helden von damals, die Meistermannschaft 1973-74 sind größtenteils dabei. Sie alle sind gerührt. Für mich eine ganz, ganz große Freude. Und insbesondere habe ich mich natürlich auch gefreut, meine alten Kameraden wieder zu sehen. Und das ist eine ganz tolle Aktion vom FC Augsburg, das wir alle sehr zu schätzen wissen. Ich muss sagen, ich finde das eine tolle Sache, dass man seinen alten Kollegen, mit dem man ja wirklich was bewirkt hat, wieder sieht und alte Erinnerungen nochmal schwecken lassen kann. Also ich finde, es ist grandios. Tolle Idee. Und es macht mir Spaß und ich würde jederzeit wiederkommen. Zumal ich Augsburg als Stadt auch sehr lieb gewonnen habe. Ich habe immerhin 17 Jahre hier gewohnt. Und über alle und alles schwebt der Augsburger Ausnahmefußballer Helmut Haller, der damals in der Meistermannschaft mitspielte und wichtiger Teil des Erfolgs war. Haller bleibt unvergessen. Er war ein ganz, ganz großartiger Spieler und ich kenne keinen anderen, der auf engem Raum so gut trippeln konnte wie der Helmut. Aber er war auch in der Lage, Pässe in den Lauf seiner Mitspieler zu spielen oder Doppelpässe zu spielen. Und er war für mich ein absoluter Weltstar und das zu Recht. Auch die Fans von der Ulrich-Biesinger-Tribüne haben ihren Beitrag geleistet und passend zum Thema des Tages eine Wand in der WWK-Arena gestaltet. Wir wollten halt auch als Fanszene unseren Beitrag dazu leisten, den heutigen Spieltag in dem passenden Rahmen einzuleuten. Und klar, wir sind alle ein bisschen jüngere Generation. Trotzdem kennen wir die Historie von unserem Verein, setzen uns damit auseinander. Und wollen das Ganze irgendwie in Ehren halten. Auch für die FCA-Fans heute in der ausverkauften WWK-Arena ist das ein ganz besonderer Tag. Für viele auch ein emotionaler. Ich finde es absolut Hammer, dass beim FCA einfach die Tradition gelebt wird. Also ich finde das richtig, richtig bombastisch. Auch das Ganze drumherum super. Sehr gut, dass man halt die alten Helden ehrt, oder? Noch mal daran erinnert. Und ja, alle zusammen sind bei herrlichem Wetter. Der Retro-Spieltag super. Es ist toll. Toll, dass sowas geboten wird. Also ich finde es mega, vor allem, weil ich das weiße neue Retro-Trikot total geil finde. Ja, ich finde es auch mega, natürlich auch die Vergangenheit aufleben zu lassen wieder mal. Und ja, auch zum Sehen wieder, wie es früher beim FCA einfach war. Mittlerweile ist der FCA Vespa Corso am Stadion angekommen. Ein toller, bunter Anblick und allen Teilnehmern hat es riesigen Spaß gemacht. Megaschön, war entspannt mit allen zusammen. Tolle Strecke, war super. Und es war sensationell, die Fahrt hierher. Also wunderbar. Super. Also immer wieder gerne nochmal sind wir dabei. Tolle Veranstaltung, herzlichen Glückwunsch an FCA. Heute steht alles im Zeichen von Rot, Grün, Weiß. Glückstag für FCA-Mitglied Yvonne Mütze. Begleitet von ihrer Freundin Juliane darf sie überall hin und bekommt Einblicke, die Besucher normalerweise so nicht bekommen. Zum Beispiel direkt am Spielfeldrand. Sie ist Gewinnerin der Mittendrin als Mitgliedaktion des FC Augsburg. Das ist richtig großartig. Also wir haben schon ein bisschen was sehen durften. Wir durften schon in die Spielerkabine, wirklich mal den Blick hinter die Kulissen werfen. Und das ist einfach einmalig. Also wir sind sprachlos meistens. Wenn Sie mal so fragen, habt ihr noch Fragen? Wollt ihr irgendwas wissen? Und wir stehen nur da und staunen in Bauglötze. Also es ist echt schön. Rund um das Stadion ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt. Spaß und gute Laune überall. Die FCA-Familie feiert gemeinsam und keiner will den Retro-Spieltag verpassen. Denn alle sind sich einig. Das hier ist etwas ganz Besonderes. Und weil hier die 70er Jahre hoch gefeiert werden, spielt die Live-Band Disco-Fever natürlich Disco- und Funkmusik. Die Stimmung? Einfach super. Und das auch noch bei schönstem Kaiserritter. Das Retro-Wochenende ist aber noch lange nicht zu Ende. Denn im altehrwürdigen Rosenau-Stadion steigt am Sonntag ein von den Fans organisiertes Traditionsfest. Eine Herzensangelegenheit der Fanszene. Für uns als FCA-Fans und als FCA-Fanszene ist es natürlich wichtig zu wissen, woher kommen wir, was sind die Ursprünge, woher kommt diese ganze Tradition des Vereins und auch der Fanszene an für sich. Und da ist natürlich der Gewinn der Regionalligameisterschaft 74 der größte Punkt, so der Ursprung von dem Ganzen, um was es dann immer geht, Tradition, Merkmale, Traditionstrikot, Meistermannschaft, Helmut Haller, die ganzen Namen, die immer im Raum stehen. Und da ist es wichtig, das Ganze auch mit Informationen zu füllen und auch an die jüngeren Generationen heranzutragen. Gezeigt wird ein Film mit Spielszenen von damals. Und auch hier wieder mit dabei, die Meistermannschaft. In einer Talkrunde erinnern sich ehemalige Spieler und Fans von damals bis heute an schöne Anekdoten und Erfolge, aber auch Misserfolge der Mannschaft. Ein echtes Highlight, die Autogrammstunde der ehemaligen FCA-Spieler. Ihre Unterschriften sind heiß begehrt. Die aktive Fanszene hat sich mächtig ins Zeug gelegt, denn auch sonst gibt es ein buntes Rahmenprogramm, vor allem für Kinder. Ein schönes Fest, mit viel Liebe veranstaltet und organisiert. Gemeinsam feiert man die große Vereinsvergangenheit, die bei allen, auch 50 Jahre danach, keineswegs vergessen ist. Der heutige Tag rundet das ganze Jubiläumswochenende ab. Im Endeffekt damals, 1973, 1974, war ja die Spielstätte, hier das altehrwürdige Rosenau-Stadion. Und was wäre ein Traditionsfest, ohne das Rosenau-Stadion mit einzubinden. Deswegen war relativ schnell klar, sowohl von uns, vom FCA, wie auch von den Fans, der Wunsch, hey, wir müssen auch im Rosenau-Stadion was machen. Ein gelungenes Fanfest im Augsburger Rosenau-Stadion und ein tolles Wochenende im Zeichen der Tradition. Die Regionalliga-Meisterschaft 1973-74 ist unvergessene FCA-Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017